Jeder begrüßt Sie beide! Bauer und Arakuli! Sehr schön! Wir haben hier für euch schon mal ein Schwimmungsnahmegerät installiert. Kann auch Mikrofon dazu sagen. Könnt ihr euch ja mal vor euch hinstellen. Und zwar machen wir jetzt folgendes. Wir spielen jetzt ein Lied. Das wollen wir mit euch gemeinsam machen. Und dieses Lied bekleidet euch schon seit 2012, seitdem wir mit unheilig unterwegs waren. Und jetzt passt das glaube ich total gut hier hin. Und da müssen wir vorher mit euch was üben. Wollen wir das mal probieren? Ja! Oh! Wollen wir das mal probieren? Ja! So, jetzt machen wir den Ton. Okay, also. Ich mach's vor, ihr macht's nach. Kennt ihr ja jeder, ne? Ich spiel' ich nicht. Oh! Oh! Das wäre euer Text. Etwas komplizierter, wir kriegen's hin. So, Jungs, wollen wir mal kurz den Biet spielen? Wir probieren das mal mit den Leuten. Ja? Okay. Dann, geht los. Ja, wollen wir nicht, oder? Ja, wollen wir nicht, oder? So. Gut geplant. So, Achtung, ich mach's vor. Ja, wollen wir nicht. Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. 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 Wenn ich nach Hause sehe, sind wir angekommen.